Was ist Minecraft KI? Nachdem vor einigen Wochen das Projekt Minecraft Freunde zu Ende war, haben jetzt erst vor etwas über einer Woche Easy Cheesy, Lars Oder So, Chaos Flow und viele andere YouTuber zusammen ein neues Projekt mit dem Namen Minecraft KI gestartet. Aber was ist das eigentlich für ein Projekt? Was ist Minecraft KI? Bei Minecraft KI sind aktuell 6 YouTuber dabei. Easy Cheesy, Chaos Flow, Lars Oder So, NotGumbo, Ryan Cole und Topps. Sie sind in einer Minecraft Welt gelandet, bei der es viele interessante Bewohner, Mods, aber vor allem KI-Roboter gibt. Nachdem alle YouTuber in der Welt gelandet waren, haben sie ein Zelt von einem Wissenschaftler entdeckt, der sich scheinbar mit der KI auseinandersetzt und sie baut. Er hat erzählt, dass seine 6 KI-Roboter alle geflüchtet sind und die YouTuber sie finden sollen, weil das sonst ein großes Problem werden könnte, da die künstliche Intelligenz noch nicht für die Welt gedacht war. Nachdem die YouTuber alle auf die Suche nach diesen Robotern gegangen sind, hatte jeder YouTuber seinen eigenen intelligenten Roboter gefunden, der ihm jetzt auf der Reise folgt. Wie findet ihr dieses neue Minecraft-Projekt? Und was denkt ihr, wird da noch alles passieren? Abonniert den letzten Schuss.